Du willst ihn doch nur für dich selber zum Kuscheln! Der muss morgen gar nicht arbeiten! Hast du dir schon die Event-Quest geholt, Dinch? Nee. Sind ein paar Sticker, ich hab's mir noch nicht mal angesehen. Ich bin ready. Ich bin rechts. Wie bitte? Auf der rechten Seite! Endlich outest du dich! So, in die Mitte kommt dann Dinch, der darf dann auf die Monster schießen, die dann an die Seite vorbeikommen und so. Aber dann mach auf die linke Seite eine Automatik, hat ja keinen Sinn so. Also auf der rechten Seite. Sorry. Hast du meinen Platz weggemacht? Ich hasche dich! Du gehst auch nach links! Du hast dann rechts nichts verloren! Ich will aber nach links! Niemand ist rechts, sie gehen eh alle! Was ist denn mit euch? Ich bin rechts! Nein, alles gut! Dench, du gehst in die Mitte, rechts sind die ganzen Automatiker und links sind wir, Jesse und ich. Alles klar? Wo bist du? Ist doch scheißegal! Ist mir doch egal! Ist mir doch egal! Achso, sorry, ich kann nicht aufs Bereit drücken, mein Stick ist kaputt. Morgen muss ich schon... Nee, Alter! Doch, ich kann meinen Stick nicht reinbringen, der ist mir gestern runtergefallen, ich hab ein Ersatzteil bestellt. Jeden Tag, der Schuftel, ich würd mich aufs. Mein armer Stick. Jeden Tag, der Schuftel, ich hab... Ja, das wird dann wohl die längste Session heute. Gut, jetzt kriegen wir ihn. Nee, warte, warte. Leute, jetzt bitte die... Den rechten Button reindrücken, danke schön. Geht nicht! Warum nicht? Weil der kaputt ist! Jetzt reicht's mir, ich kick ihn aus der Nobby! Was sagt er, was sagte Adolf, als es ihm zu leidig war? Jetzt reicht's! Ah, ich, ich benutze direkt im Echo. Ich guck mal, ob ich die Tastenbelegung umlegen kann. Hm, der wollte gerade nach rechts! Nee, wollte er nicht. What the fuck, er geht nach rechts! Wieso! mmmhhh! Mensch, du musst den, den anderen Passenius abschießen, der hinter dir ist! Bin dabei, bin dabei, bin dabei! Bin dabei, bin dabei, bin dabei, bin dabei, bin dabei! Bin dabei, 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 bin dabei! Was, da, mieses Scheiß, rade-jahn! lol you dead so ich sorg mal dafür dass wir uns da schön erholen wieder was soll das läuft einfach vorbei oder was jetzt reicht aber wie auch wollen wir bitte noch schießen ich reite das basalius mit pleasure aber könnte auch treffen du bist ich drauf da nutzt die abwehrkanone ja du bist ich was ist los weil ich sehe gar nichts mehr auf das basalius das gegenschlagsignale ist immer noch da ja ok 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 werde ich mir mal angucken ich bin jetzt fertig mit Zigarettenkauf ich bin wieder da ich guck mal ob ich irgendwie die bewegung ändern kann wahrscheinlich nicht ne wahrscheinlich nicht ok dennch ist grad hier dann ich mach mal hier eine automatische kanone hin und auf die seite wo denn steht eine normale kanone und da vorne mach ich auch noch den normale kanone und da vorne mach ich auch noch den normale kanone das tut mir sehr leid für dich es tut mir sehr leid für dich armer junge ja dann warten wir halt die 50 sekunden ist doch wo es sind wahrscheinlich eh keine ich geh mir noch kurz ne pizza machen und ein Haus bauen ne sind gleich wieder da ok ich guck noch dreimal Herr der Ringe durch ich geh nicht Extended Cut aber ne OOOOH Gimli Face OOOOH GOD ich hätt so gerne was von dem Essen gehabt das dieser scheiß Bilbo gelagert hatte Ich hätt gern seinen Ring gehabt Seinen Cockring auf mate Was hast du jetzt gesagt? Achso den anderen der ist nett und unsichtbar und so Aber der andere Ewige Erotik und so Ich hab's wieder herausgefunden Nice Saiganon Getsugan Tenchu Mugetsu It's the sound of the police It's the sound of the police Aua 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 Der schießt ja gar nicht ganz auf mich Mensch Ruhig gar nicht Ich hab dein Name verdammt Was? Du sagst einfach Dennis Nein Aufgeladener Donner Feuer frei Aufgeladen Angriff der Perversen Das ist mein Spitzname bei meiner Freundin Das ist mein Spitzname bei meiner Freundin Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon Aufgeladener Donner Ich entfessel mal den Rajang Die knife Von der weg GO Под der weg Ein Motor Raajang gegen Rajang Wer gewinnt Raajang lets go So you want a fight? You get the fight Superfight and one over one over two encima Oh! Return to Monkey! 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 You saved me! But why? Monkey! Monkey together, strong! Oh, komm her, du blödes, bekacktes Anjanath! Ey, ich geb dir sowas von! Ich geb dir! Okay! Mir reicht's! Ey, ich hab hier so'n Affen bei mir! Monkey! Monkey! Ich kann immer bitte hier! Monkey! Monkey! Kann mir jemand helfen? Monkey! Monkey! Leute, ich brauch hier wirklich... Monkey! Oh, oh, oh! Ich lad die Kanone auf! Ich lauf was anderes! Das sag ich auch immer, kurz bevor's losgeht! Ich lad die Kanone auf! Und sie liegt einfach nur da und stöhnt so! Oh, nein! Ja! Also, ich weiß nicht... Es ist Freitag aufs Wochenende! Und so musst du morgen... ...in die Feli... ...und am nächsten Tag hast du dann am Montanis wieder Wochenende vorbei! Von wem redest du? Was? 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 Du misst mich! I'm riding the monster! Without pleasure! Ich hab' keine Dive! Klesure! Hm, Klesure! Das man hätte nicht schlicht mich angreifen! Was ist denn mit dir? Da, da, da! Nö, in mein Leben! Ich bin nämlich nicht wie ein Monkey! Monkey! T-T-T-T-T-T-T! Hier kriegst du ein Kuni! Und du kriegst ein Kuni! Und du kriegst ein Kuni! Alle kriegen Kuni! Monkey approved oder nicht? Monkey! Du 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 du! Oh du Spaß! Ja Leute ich geh kurz auswandern, ich wandere kurz aus und bin gleich wieder da. Alles klar. Du bist genau da wo du bist. Hol dir gleich mal Asyl und so. Monkey, 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 siri, komm endlich on und zack, wieser Wichse, verpasst den ganzen Spaß. Weil er ein monkey ist. Er verpasst mich. Monkey. 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 Mmh. Was? Ja guck mal wo bist du? Hier bin ich. Guck mich an Kjör. I'm a rockboy. I'm a rockboy. Alright I'm a head on. Ich wusste es. Gott ist großartig. Nein. One. One. Kinder. Hier für deine gute Arbeit schenk ich dir. Geil. Wooo. Splish Splash Party. Let's go. Dennis ich komm zu der Dummer. Allah. Oh shit. Ich... 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 Ich hab die Kanone noch gar nicht geändert. Ah habt ihr schon. Ah passt. Vor dich. Okay in 20 Minuten drücken wir alle auf äh bereit. Weiß noch nicht ob ich das möchte bin ich ehrlich. Na ja auch nicht. Ich mach erstmal den aufgeladenen Donnerangriff. Was wird schon los? Ich hab das Zeitgewehr voll verloren. Langsamma. Na ha 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 ha. Mannsha lot... Oh du reischt hier wo unbezogen ist! Ah da mach ich hier! Oh, Arachna Kadaki! Da kommt die nächste! Da kommt die nächste! Mauten, 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 Dennis! Mauten! Dennis, maunt her! For the love of God, maunt her! Nein, du bist scheiße! Dennis? Aber ihr macht das sehr gut, ich muss sagen, dafür, dass ihr alle so scheiße seid. Komm, komm, komm. Das ist die Power of Monkey. Das ist die Power of Monkey. Ich dachte, das war Power of Love. Ach, ist das gleiche. Okay, und zurückziehen, Leute, das Rathalos kommt jetzt. Genau, du kannst ja schon mal die ganzen Sachen drauf tun. Ich bin schon so gut wie weg, ich schreibe meinen Hund und dann bin ich weg. Ich falle ihn wie ein Mann. Wo ist es, ist es da oben? Ich habe das Gefühl, ich bin... Der aus den You kommt, der aus den You kommt. Oh, oh, oh. Der Escalated Pookie. Dieses Mistviech einfach vom Weiten das Tor kaputt macht, dieses dämliche Mistviech. Abfahrt. Was willst du eigentlich, hä? Nein! Deine Zeiss ist abgelaufen. Hä? What? Ich kann den Speer gar nicht verwenden. Was ist das für ein Beschiss? Wenn das Tor kaputt ist, geht der Speer nicht. Wie behindert. Okay, du kannst ja gleich den Spaltschuss machen, Jessie. Es ist auf dem Weg. Es ist bei dir. Einmal mit den Pistolen. Ja, 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 ja. Alles gut. Alles gut. Aus, shit. Ich habe eine Maschinenpistole geklaut. Sorry. Warte mal. Wenn das jetzt funktioniert wie bei der letzten Randale... Okay, nein, leider nicht. Ich konnte das Monster in die fünf Minuten vorne vor dem Tor fallen. Das hat sich nicht gejuckt, wenn ich einfach drüber blieb. Monkey. Du, 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 du. Wolltet ihr schon immer mal wissen, wie es ist, wenn man einen Viech mit Noobs beballert? So ungefähr. Das muss ich nicht lieben, das geht. Nein, doch nicht. Leute, macht euch bereit. Wir können gleich drei Monster mounten, wenn alles gut läuft. Wenn mich nicht jemand wegschießen würde. What the fuck? Hä, weggeschossen? Wunder weggeschossen. Keine Ahnung. Achtung, bereit halten. Wir können gleich alle drei mounten. Ja. Los geht's, los geht's, los geht's. Ich hoffe, keiner mountet das Rater los. Geht davon, ihr müsst damit davon ausgehen, dass ihr euch nicht ein Target habt, sondern ihr müsst halt kurz auf das Rater los zulaufen, damit ihr es halt ein Target habt. Alles gut. Andrisch. Oh ja, so muss ich bei Verparring gefühlt werden. Okay. Ich meine, ich schaue keine illegalen Videos im Internet. Die sind illegal? Na, na, na. Upsi daisy. Upsi daisy. Upsi daisy. Upsi daisy. Nice. Was jetzt grad am Boden liegt. Dong. Mhhh. Hm. Oh, hmm. Oh, hmm. Ah, hmm. Wie kann ich das kaufen? Ah! Okay, wahrscheinlich kannst du demnächst den Vogel hin tun. Ja, ja, ich bin schon dabei. Ich bin schon am tun und machen genau. Ich platziere mal die Köchin, die sollt ihr ja schießen können hier. Nein, nein noch nicht noch nicht noch nicht noch nicht noch nicht da nicht da. Hier oben am besten auf der Mauer, weil ihre Schüsse reichen bis zum Tor, wenn man sich hierher setzt, Georg. Hier bei mir. Oh, dann setzt sie da hin. Achso, okay, dann setze ich sie hin. Ich baller mal ein bisschen mit Maschinen wieder. Ja, 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 macht das, macht das. Er rennt jetzt eh gleich zum Tor. Joa. Stay, 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 let it sit. Oh shit, ich hab den Teleporter benutzt auszusehen. Fuck. Eifer, Eifer, Eifer. Der Heiltrank, der sagt gerade, es war auch grün. Fuck. Es war alles grün. Was kann ich dafür, dass der Heiltrank und der Teleporter grün ist? Grün, grün, grün sind. Wer auch immer an der Tor-Plattform ist, Vogeln beschwören. Jo, bin dabei, bin dabei. Vogeln, ungelogen. Nice, nice, nice. Oh shit. Oh. Oh. Ja, Metakure. Wip, wup. Wip, wup. Yes, Schwanz ab. Nice. Wip, wup. Das haben sie damals auch gesagt, bei der jüdischen Geburt. Und ich werde Judler für 13 schlitten. Ja. Das macht es irgendwie ekliger, aber gut, dass ihr es sagt. So mein Junge, jetzt hattest du 13 Jahre lang glücklich dein Bibi. Jetzt machen wir den ab. Äh. Du weißt schon, dass er bei der Beschleidung nicht völlig abgeschnitten wird. Ja, natürlich weiß ich, dass meine Güte, die konnten sich fortpflanzen. Und die müssen ja irgendwo einbußen machen, denn sie können nicht reich sein und große Schwänze haben. Entweder sind sie reich und haben kleine Schwänze oder große Schwänze und kein Geld. Genau. Ursprünglich haben Juden riesige Dinger, aber weil sie so nett sind und den Leuten nicht noch mehr imponieren wollten als sie sowieso. Was? Äh. Geh mal an den Juk hin. Oh nein. Ich sorg gleich dafür, dass er gleich wieder ready ist. Ja. Pumpst du es wieder auf? Sorgst du dafür, dass er ready ist? Ich sorg dafür, dass es so schön anfühlt, glaube ich. Es ist so schön warm und künstlich anfühlt. Ja. Ja. Scheiße. Ohne den Erdkopf kannst du immer auch nicht mehr von den Komponenten schlafen. Halt! 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 Ich wette du stehst jetzt die ganze Zeit da und versuchst das aufzuladen und dann ist das Fisch und tot! Halt! Genau das. Halt! Es ist äh, fast dead, es ist fast dead. Das ist egal, gleich ist die Nuke ready. Ja ist er ready! Oh, wir töten es! Wir töten es wie letztes Mal, Kyo. Abfahrt. Oh, ist es hier? Oh, ist es hier? Da hinten. Es... Es lädt sich gerade auf. Es ist auf. Oh! Es ist nicht tot! WTF? 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 Es hat 8k damage gepresst? Oh nein Bösel, Bösel Bösel, Bösel Bösel, Bösel Und DAS Und DAS auch Langsam ist es ein Witz Wieso ist das Viech noch nicht tot? Bitteschön Super Basil Juice Angriff Blup 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 Monkey together strong Easy Es lag am Monkey Das stimmt, das war das heilige Zauberwort Monkey Monkey Genau Drawn together Ich muss dir wohl auf deinen Schweiß lutschen Was? Was wolltest du jetzt danach machen? Was wolltest du jetzt danach machen? Was wollte ich danach machen? Du hast gesagt, du willst DAS danach machen Nach der Radarik Magna malo fang Monkey fang Magna malo fang Mega melone fang Da ist heilig der Kopf, direkt neben dem Viech Monkey Du 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 Schade, dass man die Leute nicht mehr beim Carven stören kann Das waren schöne Zeiten Ja das waren richtig schöne Zeiten Man den Trutzmantel anziehen musste Davor war es noch schöner Geil Geilste Randale Zum Teil Boah Das waren die besten Wartezeiten meiner Meines ganzen Leben Das waren die besten 5 Minuten meines Lebens That what she said Na cool Wie war ein Edelstein Nachdem ich schon eine Wasserwaffe habe Danke für nichts Aaaaay